So Leute, der NFT-Sektor als Ganzes hat in diesem Jahr ein massives exponentielles Wachstum erfahren, sowohl in Bezug auf seinen monetären Wert, als auch auf die Akzeptanz von NFTs. Wir haben all die verschiedenen Geschichten gesehen von Leuten, die NFTs gemintet haben und sie einen Monat später für das 100-fache oder noch mehr verkauft haben. Wir haben gesehen, wie CryptoPunks, Etherrocks und andere Sammlungen in Preisen die Höhe geschossen sind und die Aufmerksamkeit im Mainstream bekommen haben. Profisportler, Filmstars, Musiker und auch andere Berühmtheiten haben NFTs als Profilbilder verwendet oder auch ihre eigenen NFT-Sammlungen veröffentlicht. Play-to-Earn-Games mit integrierten NFTs sind auch in Popularität explodiert und natürlich ist auch das Metaverse in letzter Zeit ein extrem heißes Thema geworden, das jetzt auch natürlich eng mit NFTs verbunden ist. In Anbetracht all dessen lässt sich natürlich nicht leugnen, dass sich mit Investitionen in NFTs Gewinne erzielen lassen, aber in Wirklichkeit kann es definitiv schwieriger sein, von diesem Trend zu profitieren, als man eigentlich denken würde. Das liegt daran, dass man sich tatsächlich für ein bestimmtes NFTs entscheiden muss, das man kaufen will und eben nicht alle NFTs werfen die gleichen Gewinne ab, selbst wenn eine Sammlung an Popularität gewinnt. Es kann auch mehr Zeit in Anspruch nehmen zu recherchieren, welche NFTs man kaufen möchte, weil man die verschiedenen Merkmale, ihre Seltenheit sowie andere Faktoren berücksichtigen muss. Und selbst wenn man sich für ein gutes NFTs entschieden hat und es im Preis steigt, dann kann es Probleme geben, um die Gewinne zu realisieren aufgrund der Illiquidität der NFT-Märkte. Aus diesem Grund möchte ich euch heute auch folgendes vorstellen und zwar Project X, eine Plattform, die Investoren einen schnellen, liquiden und einfachen Zugang zu den NFT-Märkten durch ein ETF-ähnliches Anlageprodukt ermöglicht. Die Plattform bietet auch noch einige andere Funktionen und ich werde sie gleich alle im Video behandeln, doch bevor ich anfange, solltet ihr auf jeden Fall mal den Kanal abonnieren und auch die Glocke aktivieren, damit ihr keine wichtigen Videos mehr wie dieses oder andere auf dem Kanal verpassen werdet. Und an dieser Stelle auch nochmal ein riesiges Dankeschön an Project X dafür, dass ihr für dieses Video eine Partnerschaft mit dem Kanal eingegangen seid. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir jetzt einmal mit einem Blick auf die Project X-Webseite an, denn da gibt es natürlich eine ganze Menge wichtiger Informationen. Erstens, es ist das erklärte Ziel des Projekts, die sicherste und einfachste Methode zu sein, um Zugang zu den NFT-Märkten zu finden. Dieses Ziel wollen sie jetzt in erster Linie durch ihre NFT-ETFs erreichen, die den Anlegern den Zugang zu Dutzenden oder sogar Hunderten von qualitativ hochwertigen NFTs ermöglicht, ohne diese jetzt selber auswählen zu müssen. Sobald ein Anleger einen ETF findet, der ihm gefällt, kann er den ERC-20-Token dafür kaufen, um daran teilzuhaben. Im Übrigen wird es jetzt zwei verschiedene Arten von ETFs auf der Plattform geben, Nutzergenerierte und von Project X kuratierte. Wie der Name schon sagt, bei Benutzergenerierten Pools kann sich im Grunde genommen jeder anschließen. So wird es zum Beispiel einen CryptoPunk Pool geben, bei dem jeder, der einen CryptoPunk besitzt, diesen NFT in den Pool einbringen kann, um den entsprechenden ETF-Token zu erhalten. Diese Pools werden dann 1 zu 1 unterlegt sein, das heißt, wenn ihr einen ganzen Token besitzt, könnt ihr ihn gegen einen ETF aus dem Pool einlösen. Dieses System sorgt natürlich für sofortige Liquidität, denn wenn jemand das möchte, dann kann er einfach seinen ETF-Token auf einer DEX verkaufen, um sich auszahlen zu lassen. Aber um das jetzt noch einmal klarzustellen, man muss nicht einen ganzen Token kaufen, um in diese Pool zu investieren. Man kann auch jeden beliebigen Betrag investieren und entsprechend viel Engagement in eine Sammlung zu bekommen. Die von Project X kuratierten ETF-Pools sind umfassender, ausgefeilter und diversifiziertere Pools als die Nutzer-Pools. Sie werden vom Project X-Team aus den NFT-Pools des Kuratoriums erstellt und ausgewählt. Sie unterscheiden sich auch dadurch, dass es sich um Balancer-Pools handelt, die mehrere von Nutzern erstellte ETF-Token kombinieren. So könnte es zum Beispiel Nutzer-Pools für CryptoPunks, Bored Apes und MiBits geben und dann ein Project X-Pool für die allgemeine digitale Kunst oder digitale Profilbildprojekte, der die Token aus diesen Nutzer-Pools in einen einzigen Balancer-Pool zusammenfasst, für den die Leute jetzt dann die Token kaufen können. Eine weitere Möglichkeit für Anleger, über Project X Zugang zu NFTs zu erhalten, ist jetzt ganz einfach der Kauf des nativen Token des Projekts und zwar Xil. Wenn ihr Xil kaufen möchtet, dann könnt ihr das momentan auf Gate.io und auch auf PancakeSwap machen. Und wenn ihr Xil kauft, dann könnt ihr das Ganze auf der Plattform staken, um eine nette APY von 250% zu verdienen und euch auch gleichzeitig für verschiedene NFT-Giveaways für Staker qualifizieren. Dabei kann es sich jetzt um alle verschiedenen Arten von NFTs handeln, einschließlich sogar super seltene NFTs, die von prominenten Partnern der Plattform ausgegeben werden. Ihr könnt auch etwas Xil verdienen, indem ihr eure eigenen NFTs hier besitzt in ETF-Pools steckt. Um sicherzustellen, dass jetzt nur qualitativ hochwertige NFTs auf der Plattform verfügbar sind, kann zwar jedes NFT in einen Pool eingebracht werden, aber das Team überprüft sie alle auf Qualität und stellt natürlich sicher, dass es keine Fälschung oder irgendwas in der Richtung gibt. Die Tokenverteilung für Xil ist hier zu sehen. Wie ihr sehen könnt, sind eine beträchtliche Menge an Token für die zukünftige Verwendung im Ökosystemsfonds, sowie für die Community und das Marketing reserviert, sodass das Projekt auf jeden Fall über die nötigen Mittel verfügt, um zu expandieren und zu wachsen und Dinge zu tun wie Partnerschaften zu sichern. Das Gesamtangebot von Xil beträgt 250 Millionen und das zirkulierende Angebot beträgt 22,4 Millionen. Ein weiteres einzigartiges Merkmal für prominente Persönlichkeiten oder Influencer, die mit Project X zusammenarbeiten, um NFTs freizugeben, ist, dass sie einen beliebigen Prozentsatz der Lizenzgebühr aus dem Verkauf an eine Wohltätigkeitsorganisation ihrer Wahl spenden können. Ein Blick auf den Twitter-Account von Project X zeigt, dass am 15. November der koreanische Musikstar DJ Soda die ersten NFTs veröffentlicht wird, die durch Streaming-Einnahmen gestützt und in die Metaverse integriert sind. Eine weitere aktuelle Ankündigung, die jetzt hier auf den Twitter gemacht wurde, ist, dass Project X ein Metaverse-DAO starten wird und 50% dieses DAO-Token-Angebots an Xil-Inhaber ausgegeben wird. Es ist jetzt immer noch Zeit, sich für diesen Airdrop zu qualifizieren und alles, was ihr dafür tun müsst, ist ein paar Xil-Token zu kaufen und dann auf Twitter Ausschau zu halten, wann sie das Anmeldeformular veröffentlichen. Das Minimum für die Teilnahme sind 1000 Xil und der Airdrop läuft getreu dem Motto, wer zuerst kommt, mal zuerst. Wenn ihr also daran teilnehmen möchtet, dann solltet ihr auf jeden Fall die Benachrichtigung einschalten, um bereit zu sein. Derzeit würden euch 1000 Xil-Token in etwa 70 Dollar kosten. Das Team hinter Project X ist auch seit 2016 im Kryptogeschäft tätig und hat auf jeden Fall viel Erfahrung. Der CEO ist John Susareff, sorry für die Aussprache, und er hat in der Risikokapitalbranche gearbeitet, wie jetzt die in New York ansässige SMC-Kapitalgesellschaft. Zuvor arbeitete er auch als CMO für ICO Rating. Matthew Shipman ist der CTO und er ist ein Software-Ingenieur, der sich jetzt auf Blockchain, Mobile und Web Full-Stack-Entwicklung spezialisiert hat, zusammen mit sicherer Software-Entwicklung. Einige der Partner und Geldgeber sind hier aufgeführt, einschließlich LD Capital, SMC Capital, Terra Virtua und Lidl Phil. Zwei weitere wichtige Partner sind Purplefly und Whonox, die als offizielle Kurationspartner dabei helfen werden, die besten NFTs zu finden. Ich weiß nicht, ob ihr es schon wusstet, aber Purplefly ist ein Plattenlabel, das bereits mit Squid Games, mit dem NBA-Star Shaquille O'Neal, K-Pop-Stars und vielen anderen Berühmtheiten zusammengearbeitet hat. Und deshalb könnte diese Partnerschaft auf jeden Fall wertvolle Verbindungen für andere zukünftige Partnerschaften schaffen. Falls ihr mehr über Project X erfahren wollt, einige Token kaufen möchtet, um am AirDrop teilzunehmen oder falls ihr die Plattform nutzen möchtet, dann schaut euch auf jeden Fall mal die Links in der Videobeschreibung an. Und damit sind wir dann auch schon am Ende des Videos angelangt. An dieser Stelle würde es mich mal interessieren, wer von euch überhaupt schon ein NFT besitzt oder in der Zukunft gerne eins besitzen möchte. Schreibt mir die Antwort einfach mal, zusammen mit eurer Binance-Smart Chain-Adresse unten in die Kommentare, dann nehmt ihr auch automatisch an unserem wöchentlichen 125 Dollar in USD-Tether-Gewinnspiel teil. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten, falls euch das Video gefallen hat, dann haut auf den Like-Button, teilt das Video mit euren Freunden und wir sehen uns dann im nächsten Video.